Hallo Leute zu diesem Video das ist eine flüssige Runde Rush of Sharky 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 Battlefield Play for free Spielen tut der Marcy ein Geilble von mir und ja in diesem Video geht es wie ihr im Titel schon gesehen habt um ein Danke und zwar Danke für 1000 Videoaufrufe insgesamt ähm ich finde es ziemlich cool 11 Abonnenten haben wir jetzt schon zusammen das heißt 11 Leute die meine Videos wirken 11 Leute die meine Videos gucken und den möchte ich auch speziell danken ihr seid einfach cool und ja spielen tut der Marcy mit der Farmers ähm wie gesagt auf Sharky jetzt flankt ihn bitte nicht in die Kommentare Farmers Noob und so Farmers ist eine coole Waffe auch wenn es hier gerade so ein bisschen leckt ja und dann habe ich noch ein bisschen Ankündigungen zu machen und zwar Landwirtschaftsimulator 2013 ähm kommt und zwar kommt es bald das heißt ich denke am Freitag wird die erste Folge schon oben sein wenn nicht schon davor und zwar auch wieder mit dem Marcy auch wieder aus Marcy seiner Sicht und ja das wollte ich sagen Pure muss noch etwas warten denke ich weil ich gerade sehr viel zu tun habe von der Schule ja ich gehe noch in die Schule und schulisch und sowas alles habe ich noch ziemlich viel zu tun und als Pure muss halt noch warten weil ich denke ich werde noch eher Dirt 3 aufnehmen als Pure weil ich Dirt 3 eigentlich cooler finde und ja was auf jeden Fall immer mal wieder kommen wird ist denke ich auch ein Gastvideo von Marcy Play for free ähm das habe ich mir überlegt dass wir das machen könnten dass ich damit gar nichts zu tun habe und ja das Video geht jetzt hier noch knappe knappe 3 Minuten 3 Minuten 3 Minuten? ja auch 3 Minuten und ähm ne nicht noch es geht insgesamt wir sehen hier gerade wie der Marcy von der Flug- äh Fahrzeugabwehr RPG heruntergeschossen wurde typischer Nooktuber ähm aber den wird er eben wenn das Video noch länger gehen würde fertig mal ähm ja wir haben das einfach kurz aufgenommen bei ihm gerade wegen den 1000 Videoaufrufen da saß ich in der Schule als ich das erfahren habe kurz mit dem Handy aufgerückt und ja das mit den 1000 Videoaufrufen fand ich schon ziemlich fett hat mich ziemlich gefreut da nochmal danke für ja jetzt weiß ich gar nicht was ich sagen wollte jetzt wird erstmal mit Granaten gespannt weil vermutet wird dass da oben einer ist wie wir sehen wird ist das auch so ja ja da ist er souverän okay M kommen ist serstört jetzt muss er nachladen und kriegt nur einen Killassistent ja Sharky Rush neuer Spielmodus und ich bedanke mich fürs Zuschauen vielen Dank vielen Dank für diese 1000 Videoaufrufe ciao Leute Untertitelung. BR 2018